Frohes Neues Jahr und Servus zusammen hier auf Kuma Tactical zum ersten Video im neuen Jahr. Ich habe mir gedacht, wir machen heute ein Was-kann-uns-erwarten-2022, zumindest aus der Produktsicht-Video, weil die letzten Jahre hat es sich eigentlich immer so eingebürgert gehabt, dass ab Oktober eigentlich so ein bisschen die Pressesperre angefangen hat bei den meisten Firmen. Die haben keine Neuheit mehr angekündigt, weil Januar ist die Shotshow in Las Vegas und im Februar ist die IWA, die beiden wichtigsten Messen im Jahr, gerade für den Zivilmarkt. Und deswegen wurde eigentlich nichts mehr angekündigt und haben sie sich einfach gespart. Einfach, um es auf den Messen herauszuhauen, das muss man so verstehen. Ich habe mir ein paar Produkte rausgesucht, die in den letzten Tagen sowohl auf Facebook als auch auf Instagram oder auf Plattformen wie zum Beispiel den YouTube-Kanälen der jeweiligen Hersteller gezeigt worden sind und die ich schon sehr interessant finde und wahrscheinlich dann auch hier, schätze ich mal. Das erste Produkt, mit dem ich anfangen will, ist von der Firma Black Label Pie Bot. Die machen einen Handguard für zum Beispiel AR-15-Systeme, wo das Zweibein gleich mit im Handguard integriert ist. Und das haben sie eben auch für die Desertec MDX gemacht, also eine von den Waffen, die wir hier mitunter am meisten verkaufen. Und ja, da kam relativ häufig die Frage, gibt es denen den Handguard auch länger, dass die 20-Zoll-Läufe für die 308 oder 65 Creedmoor bis zur Mündung hin eben mit abgedeckt sind. Und habe ich die ganze Zeit gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir es machen. Das ist so ein Nischenprodukt, das lohnt sich absolut nicht, für diese kleine Nische auch nochmal ein zweites Produkt auf den Markt zu bringen. Tja, das sieht Black Label Pie Ports anders. Anscheinend hat sich der normale Handguard extrem gut verkauft. Deswegen gibt es den jetzt auch in 20-Zoll, sowohl in schwarz als auch FDE. Ist logischerweise länger. Das Zweibein, was drin ist, ist etwas größer und hat einen ein bisschen größeren Verstellbereich. Und ein paar M-Lock Ports sind mehr drin, weil mehr Platz dafür da ist. Das zweite Produkt, das ich eben hier mir rausgesucht habe, ist von der Firma CZ. Tschechischer Waffenhersteller. Die springen gerade ein bisschen auf den Zug der Pixwords mit auf. Wer das eben noch nicht kennt, in den USA gibt es sehr komplexe Jagdrechte. In manchen Bundesstaaten darf man zu bestimmten Jahreszeiten nur mit Pfeil und Bogen oder Armbrust auf die Jagd gehen. In anderen Jahreszeiten dann mit Vorderladerwaffen, teilweise sogar mit Steinschluss oder Perkussion getrennt. Und in einigen Bundesstaaten darf man zum Beispiel auch in bestimmten Bereichen nur mit Kurzwaffen jagen. Oder mit Vorderladern und Kurzwaffen. Jetzt gibt es da einige Hersteller in den USA, die das sehr clever umgehen, indem sie einfach Gewehre so bauen, dass die rechtlich gesehen Kurzwaffen sind, auch wenn es praktisch Gewehre sind. Es sind meistens so Remington 700 Systeme, die halt in 300 Blackout oder 220 Remington daherkommen und haben halt eine Pistol Brace oder gar keinen Schaft. Statt eben einer normalen Schäftung, wie es in Europa übrig wäre. Und CZ hat eben da sein eigenes System rausgebracht, das ist die CZ 600 Trail. Das ist ein Repetiergewehr, klassisches Repetiergewehr, eben in den eher Mittelkalibern wie 223 Remington und 300 Blackout. Schluckt AR-15-Magazine, hat ein AR-15-Griffstück, hat momentan so einen PDW-mäßigen, MP5-mäßigen Schaft zum Ausziehen und das finde ich eigentlich ein schönes Package. Und CZ ist ja nicht gerade für schlechte Qualität bekannt. Wenn wir denn gerade schon hier im europäischen Bereich sind, schauen wir uns doch gleich mal nach Skandinavien hoch. Und da hat der Hersteller Sarko angekündigt, sein erstes AR-System auf den Markt zu bringen. Die M23 ist ein AR-10-System, also für Kaliber .308, 6.5 Creedmoor eben ausgelegt, also für die etwas größeren AR-Kaliber. Und schaut solide aus, schaut ziemlich schnörkellos aus, das System. Soll eben von den schwedischen Streitkräften eben mit eingeführt werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Sarko sehr dicke ist mit denen. Als DMR und als Saper, also sowohl als Mitteldistanz-Unterstützungswaffe als auch als halbautomatisches Präzisionsgewehr. In den beiden Versionen kommt es eben auch. Es ist noch abzuwarten, ob das in dem Bereich auch zeitnah im Zivilmarkt kommt. Da Sarko aber so ziemlich alle seine Produkte auch für den Zivilmarkt anbindet, bin ich mir hier schon relativ sicher, dass es über kurz und lang auch diese Systeme hier geben wird. Wenn wir gerade schon beim Thema AR-10 sind, habe ich auch noch zwei andere Systeme eben rausgesucht. Einmal bringt LMT, Lewis Machine & Tool, bringt sein Mars-System jetzt auch mit dem Pistenlauf raus. Das war schon mal angekündigt, dass Estonia, also Lettland, Estland, Estland, Estland eben hier sein DMR mit einem Pistensystem möchte und das LMT das eben auch umgesetzt hat. Wir sind LMT-Händler, wir haben einen sehr guten Draht zur LMT. Wir haben trotzdem bis jetzt davon keinen Prototypen gesehen gehabt. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt eben zumindest mal ein Foto von so einem Pistensystem gesehen und wir gehen davon aus, dass es auf der Shotshow der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Aber es gab zumindest jetzt schon mal die ersten Fotos von der AR-10, also der Mars-H, in einem Pistenlaufsystem. Wer das auch noch nicht weiß, bei LMT kann man eben als Endkunde die Waffe umbauen, also zwischen Pisten und Direct Impingement. Also man muss nur Verschlussträger und Lauf tauschen, was im Gegensatz zu anderen AR-Systemen unheimlich einfach ist, weil man nur zwei Schrauben rausdrehen muss, den Lauf nach vorne rausziehen, den neuen Lauf reinstecken, die zwei Schrauben wieder reinstecken und fertig. Das andere AR-10-System ist dann schon wieder aus heimischem Anbau. Das ist auch momentan noch eine gerückte Küche und man hat noch keine Bilder gesehen, aber es geht so die letzten eineinhalb Monate um. Oberlandarmes will die OR-10 neu auflegen. Jetzt muss man sagen, die OR-10 war noch nie ein schlechtes Gewehr. Also sie ist hammerpräzise, sie ist zuverlässig, ist ein sehr, sehr gutes Gewehr. Aber ich persönlich finde sie zu schwer. Also gerade mit diesen Quad-Rail-Handguards, die man meistens dran hat und auch generell von der Bauform fand ich eigentlich die OR-10 immer sau ein Brocken. Und ja, das sieht anscheinend oder beim Abendarmes zumindest gerüchteweise auch so und deswegen ist das große Thema der Neuauflage Gewicht. Wir sind mal sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird, also wie das fertige Modell aussehen wird, weil ich sage mal, die OR-15er haben sich von, ich sage mal, relativ schnörxellose Standard-AR-15er zu jetzt einem komplett eigenen System ziemlich geil entwickelt, muss man sagen. Also hätte ich vor ein paar Jahren nicht erwartet, dass Oberland Arms sein komplett eigenes Design macht mittlerweile und trotzdem noch in dem Bereich einer Millspeck-Waffe bleibt. Wenn wir gleich bei Oberland Arms bleiben, hat Oberland Arms vor ein paar Tagen auch noch eben eine Neuheit rausgebracht beziehungsweise einen Klassiker wieder neu aufgelegt. Das ist der Titan Zapp oder Titan Zapp. Das ist ein kleiner Folder von Oberland Arms und da gibt es jetzt eine Besonderheit, die ich persönlich gut finde. Wir haben aber jetzt intern auch schon darüber diskutiert, wie sinnvoll oder unsinnvoll das manche Leute halten. Die haben für dieses Zweihandmesser, also es ist zwar ein Liner-Lock-System, also Liner-Lock-System, aber es ist eben nicht mit einer Warze dran zum Aufdrehen, sondern es ist als Zweihandmesser gedacht, also dass wir das mit zwei Händen öffnen und haben dann eine stehende Klinge, also eine feststehende Klinge. Jetzt hat sich Oberland Amts gedacht, ja, ist das jetzt alles rechtens oder sonstige Sachen. Wir wollen da einfach nur mal sicher gehen und haben dafür eben einen Feststellungsbescheid beim BKA gemacht und haben den eben auch positiv bestätigt bekommen. Also das Titan Zapp ist eben 42a-konform, zählt nicht als Waffe und darf damit eben auch im Alltag geführt werden. und ja, das finde ich schon mal sehr cool und eine Sache, die ich persönlich genial finde, aber wir uns intern in der Gruppe schon drüber gestritten haben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Oberland Amts bietet an, den QR-Code zum Feststellungsbescheid, also den Download-Code als QR-Code auf die Klinge oder auf den Griff mit draufzulasern, kostet 50 Euro Aufpreis. Ich persönlich finde es genial, weil selbst wenn ich das Messer jetzt irgendwo dabei habe, wo ich mein Handy mal nicht dabei habe oder wo ich, oder mein Handy mal leer ist oder sowas mitdrehe, kann ich immer noch in einem Gespräch, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, mit dem Polizisten verhandeln, dass die mal den QR-Code scannen und dann sehen, ja, da gibt es einen Feststellungsbescheid dazu, der mir erlaubt, mit dem Messer rumzulaufen. Jetzt kam intern bei uns halt die Diskussion, ja, wie sinnvoll ist das oder ist das unbedingt nötig, weil eigentlich, wenn es erlaubt ist, dann müsste man das ja nicht mehr nachweisen können. Ich persönlich bin der Meinung, ein bisschen mehr auf der eigenen Sicherheit beruhen, weil zwei nehmen sie die Polizei mit und ich sehe es in ein paar Monaten wieder, wenn es ganz blöd läuft, wenn sich da irgendwie vielleicht noch ein Staatsanwalt mit einklingt oder sowas im Dreh, was jetzt alles Worst-Case-Szenarios sind, das ist klar. Aber ganz ehrlich, ich finde die Kleinigkeit mit dem QR-Code ziemlich genial und ich hoffe, dass mehr Hersteller das auch umsetzen werden. Schauen wir uns doch mal an, was die Firma SigSauer so treibt. SigSauer Inc., also SigSauer USA, hat eben angekündigt, das auch schon vor ein paar Monaten, dass sie die MCX in der Generation 3 rausbringen werden. Genau sehe ich jetzt eigentlich auf den Bildern nur, dass der Handguard sich großartig geändert hat. Also das wäre theoretisch wahrscheinlich auch, also wenn sie es nicht wieder machen, wo wir von der ersten Generation auf die zweiten Generation das in Handguard komplett umgestalten, dass die einfach nicht mehr passen, gehe ich davon aus, dass auch der neue Handguard einfach als Zubehör auf die Virtus, also auf die Generation 2 draufpassen wird. Was die anderen Features angeht, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig was aus den Bildern rauslesen. Es wurde mal darüber geschrieben, dass er Ambidextrous sein soll, dass das auch der Verschlussfang auf der anderen Seite sein soll. Das sieht man jetzt auf den Bildern jetzt leider nicht. Interessanter ist eben hier die MCX Spear, also die AR-10, AR-10 MCX, also die für .308 und .65 Creedmo und natürlich für das neue .68er Mittelkaliber eben ausgelinkt ist. Die sollen nämlich 2022 auch auf den Zivilmarkt, zumindest in den USA kommen und es bleibt zu hoffen, dass die auch ihren Weg nach Deutschland findet. Generell zwei sehr interessante und sehr, sehr gute Gewehre. Also ich halte sehr, sehr, sehr große Stücke von der MCX, gerade im Bereich Behördenwaffe, zivil, ja, ihr kennt meine Meinung zum Thema Pistensystem, im Zivilbereich. Aber ich sage mal, als Behördenwaffe eine sehr, sehr coole Geschichte und wenn man sagt, man will eh eher was Taktisches haben und man möchte eher so ein bisschen Arbeitstier haben oder man steht gerade auf Pistensysteme persönlich, dann sind das wirklich Waffen, die ich bedenkenlos empfehlen kann. Das nächste Thema wird einige Leute natürlich sehr freuen. Wir kriegen immer wieder Anfragen, was ist denn jetzt eigentlich mit Malen? Und deswegen mal ganz kurz nochmal zusammengefasst. Ich weiß, ich habe es schon 15 Mal gemacht, aber es sind immer wieder dieselben Fragen. Marlin hat der Firma Remington gehört. Remington ist pleite gegangen. Remington hat im Zuge des Insolvenzverfahrens die Marke Marlin an Ruger verkauft. Also mit allen Bauplänen, mit allen Spezialwerkzeugen, mit dem ganzen Know-how drin. Teilweise sogar Mitarbeiter sind mit zu Ruger gegangen. Und Ruger hat der CEO angekündigt, sie wollen noch 2021 die ersten Gewehre wieder bauen. Und da haben sie Wort gehalten. Das muss man schon sagen, ist eine positive Entwicklung. Die 1895 SBL gibt es jetzt von Ruger in einer begrenzten Stückzahl und auch erstmal nur für den US-Markt. Also das war auch abzusehen, dass das passieren wird, dass wir erstmal keine nach Europa bekommen. Aber wir wollen ganz kurz über diese Ruger-Marlin reden. Das ist im Prinzip das beliebteste Modell von Marlin gewesen oder das prominenteste Modell. Die SBL, also diese T-Rex-Layer oder aus Wind River bekannte Modelle mit der silbernen Stainless-Oberfläche und der grauen Schäftung. Und das bringen sie jetzt in einer leicht veränderten Variante wieder auf den Markt. Leicht verändert heißt, wir haben hier jetzt standardmäßig vorne einen Gewindelauf drin mit einer Blende vorne drauf. Also die Blende schaut aus, als würde der Lauf einfach weitergehen. Man kann die aber runterdrehen und hat unten drunter ein Gewinde für zum Beispiel einen Schallnimmfer oder eine Mündungsbremse. Der zweite Punkt ist aber auch so ein Punkt, wo ich sage, das wird wieder ein bisschen kompliziert in Deutschland beziehungsweise in der EU. Es ist standardmäßig eine Tritium-Visierung verbaut. Also wir haben hinten das Ghost Ring Site sowie auch vorne das Korn einen Tritium-Einsatz drin. Also wer es nicht weiß, Tritium ist eben H3. Das ist ein radioaktives Material und ist in der EU einfach ein bisschen schwerer handelbar, ein bisschen schwerer importierbar. Und ich gehe davon aus, dass wir hier über die Minimalkrenze drüber gehen, wo das ohne Einschränkung handelsbar ist. Sprich, die Importeure in Deutschland, also egal, ob das dann eben jetzt hier Henke macht oder Albrecht Kind, ja, oder was ich sehr hoffe, Hoffmann, aber da müssen wir wahrscheinlich träumen, die müssen sich da auf jeden Fall mit auseinandersetzen, dass entweder andere Revisierungen in den USA verbaut werden oder sie irgendwie dafür eine Genehmigung kriegen, die nach Deutschland zu holen, weil das ist wirklich so ein Punkt, da spinnen immer ein bisschen die Ämter in Europa. Grundsätzlich ist das Modell ziemlich cool, es ist hübsch und sie haben schon angekündigt, als nächstes Modell eine 336 rauszubringen, also ein Gewehr im Kaliber 30-30. Auch hier, ganz kurz im Hintergrund, das sind die beiden Kaliber, die in den USA am meisten gehen, weil das sind Jagdkaliber und gerade die Unterhebler sind sehr, sehr beliebt in der Jagdszene. Die Kurzwaffenkaliber, so 44 Mark, um 37, 50 Mark, um sowas im Dreh, die sind in den USA eher so Spaß, Home-Defense, Plinking-Gangs und auch im Home-Defense-Bereich werden die eher von Flinten und Air-Systemen verdrängt. Deswegen muss man schon ganz klar sagen, wie Marlin vor einigen Jahren von der Urfirma Marlin in den Konzernen Remington übergegangen ist, hat es neun Jahre gedauert, bis die Kurzwaffenkaliber wieder hergestellt worden sind und die Kleinkalibermodelle, also die Kleinkaliberunterhebler sind nie wieder produziert worden. Deswegen hier muss man wirklich sagen, die Leute, die jetzt gerade vor allem auf eine 1894 Dark sich eingeschossen haben, das kann noch dauern. Das muss man ganz ehrlich sagen, da sehe ich jetzt erstmal noch nicht die große Möglichkeit, dass das zeitnah kommen wird, aber zumindestens die normalen Modelle, also die hochwildtauglichen Modelle, werden wieder kommen. Wenn wir gleich beim Thema Marlin sind, ja, die Zubehörhersteller haben das gleich zum Anlass genommen, ein bisschen durchzudrehen. Deswegen, Midwest hat im letzten Jahr schon eine ganze Menge neue Optikmontagen für Marlin auf den Markt gebracht, also dass man zum Beispiel Low-Profile schon T1 auf die Marlin draufbauen kann, haben Front- und Rearsight rausgebracht und jetzt eben neu ein kombinierter Visierschiene-Handguard-System, also wo im Prinzip, wir haben nicht nur die Leatherrail, die so, ich sag mal, zwei Drittel der Marlin abdenkt, sondern wir haben eine Schiene, die von hinten bis vorne zum Kornträger geht und der Handguard an dieser Schiene gleich mit angeschraubt wird. Also wir haben hier nochmal eine Erweiterung von der alten Marlin Lever-Action-Rail, also von der M-Log-Handguard-Geschichte und der Leverrail von XS, haben wir jetzt im Prinzip das Ganze in einem Produkt drin und das noch ein bisschen größer gehalten. Was ich hier ziemlich cool finde, ist, dass die Visierung hier dieses seitlichen Backen dran hat, also da ist eben der Kornträger als auch die Kimme sind seitlich nochmal durch Backen geschützt, was mich an der Leverrail immer ein bisschen gestört hat, aber das ist nur ein minimal besseres Feature. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel überlegt sich, die Marlin eben taktisch umzubauen, wäre das vielleicht noch eine Option, mal ein paar Monate zu warten, bis die eben auch bei den europäischen Händlern zu verfügbar ist und wenn man sich schon immer gedacht hat, so ja, jetzt ist meine Marlin vorne komplett taktisch, aber hinten habe ich immer noch einen Holzschaft, da hat sich die Firma Jizzle Maschinen gedacht, ja gut, dann machen wir hinten halt auch Alu ran und die haben einen Skelettschaft für die Marlin entwickelt, der aus Aluminium ist, der hat hinten Bohrungen dran, wo man auf der einen Seite eben das Chickpeas einstellen kann, das kann man auch umsetzen auf die andere Seite, die sind aber von vornherein auch so gebaut worden, dass du ohne Probleme die Hoptik-Queever ranmachen kannst, also vor allem den Longbow, also die Halterungen, wo man Patronen reinstecken kann, dafür hat das System gleich von vornherein die Bohrungen drin und das sorgt dafür, dass das System einfach gerade für die taktische Leather-Action-Fraktion eigentlich schon fast ein Must-Have ist. Also ich muss auch sagen, an meine 1894 wird das Teil rankommen und hat mich auch sehr gefreut, dass wir hier noch ein paar Neuheiten auf den Markt gekriegt haben, nachdem ja in den letzten Monaten das Thema Marlin eigentlich gegessen war. Kommen wir jetzt noch zu meiner Lieblingsmarke oder einer meiner Lieblingsmarken. Daniel Defense hat mit einem Poster, das wir jetzt eben hier kurz einblenden, eben das R3 oder RIII-System, wahrscheinlich heißt es aber R-Römisch-3-System angekündigt. Der Banner ist ziemlich nichts zu sagen, wenn man sich nicht so gut mit Daniel Defense auskennt. Ist also ein bisschen so als Insider-Get gedacht. Man sieht hier eben neben dem Hülsen-Auswurf-Fenster, also neben dem Dust-Cover, das hier ein Verschlussfanghägel ist. Der ist bei Daniel Defense bei den AR-15ern, aber auf der anderen Seite, also man kann hier sicher sein, dass es ein AR-15 ist, weil wir haben vorne die Montagestellen vom RIS-2-System, das es nur für die AR-15 gibt. Aber wenn wir jetzt auf beiden Seiten anscheinend einen Verschlussfanghebel und ich gehe davon aus, auch wahrscheinlich einen beidseitigen Magazinfanghebel. Also das, was Daniel Defense schon seit etlichen Jahren im Bereich AR-10 macht, die beidseitige Bedienung, wird jetzt wahrscheinlich auch für die AR-15er kommen, finde ich eine sehr interessante Entwicklung aus verschiedenen Gründen, weil Daniel Defense war zum Beispiel einer von den klassischen AR-Herstellern, der immer gesagt hat, eine AR-15 sollte so nah, wie möglich am Colts-System dran zu sein oder beim Amalad-System dran sein, relativ schnörksellos sein, damit es mit möglichst viel Zubehör kompatibel ist. Jetzt ist aber Daniel Defense tatsächlich auch einer von den Herstellern, der in den letzten Jahren anscheinend von dieser Meinung wieder abgekommen ist, weil man sieht hier auf jeden Fall, dass es auch andere Alternativen gibt. Wenn man sich zum Beispiel das Daniel Defense Video von Colin AR auf YouTube anschaut, sieht man auch, dass von den ganzen Testwaffen, man selbst bei Daniel Defense zu besuchen, probiert alle möglichen Sachen auf, dass einige von den AR-15ern, die er ausprobiert, schon einen Verschlussfang auf beiden Seiten haben. Also das scheint zeitnah zu kommen. Jetzt ist noch die Frage, wird das die kompletten AR-15-Systeme, also die DM4 bei Daniel Defense ablösen oder ist es vielleicht, dass man sagt, bei bestimmten Modellen ist es mit drin oder man kann es sich aussuchen. Ist eine sehr interessante Entwicklung, finde ich, gerade markttechnisch, weil es ja immer von vielen Leuten gefordert wird, dass Waffen eben Embryl Dextras sein sollten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei einer AR-15-Systeme ist persönlich nicht wirklich notwendig, weil eine AR-15 auch für den Linkshänder eigentlich sehr gut zu bedienen ist, selbst wenn man die nicht großartig umbaut. Einzige Sache, wo man wirklich sagt, das ist schon fast ein Must-Have, ist ein beidseitiger Sicherungshebel. Aber ansonsten absolut unnötig aus meiner Sicht. Deswegen, mal gucken, wann das kommt, weil da werde ich mich wahrscheinlich auch wieder zumindest einen Lower besorgen müssen, nur um es zu haben. Und wenn wir beim Thema haben wollen sind, ja, ich habe die letzten eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre jetzt immer wieder gesagt, der König der LPWOs ist das Racer Gen 3. Das von Vortex gefertigte, beziehungsweise von Vortex entwickelte und von Kamakura in Japan gefertigte Racer Gen 3 ist ja ziemlich eines der besten Low-Power-Wareable-Optics, also auf Deutsch Drückjagdgläser. und hat mir sehr, sehr gut gefallen wegen der 1- bis 10-fachen Verstellbarkeit. First Focal Plane im Nahbereich eben als schlechten Red Dot Ersatz nutzbar, im Fernbereich hat es ein ballistisches Absehen und man kann damit sehr, sehr gut auch im Bereich bis 800 Meter arbeiten. Es ist leicht, es ist robust, es ist von den ganzen Bedienelementen super geil. Und jetzt hat ein anderer bekannter Hersteller was Ähnliches auf den Markt gebracht, eben auch ein 1- bis 10 und das ist eben hier EOTEC. Die bringen in ihrer Voodoo-Line, also Voodoo sind die Zielfernrohre, die EOTEC herstellt beziehungsweise auch entwickelt und die werden auch von Kamakura gefertigt, also die laufen vom selben Band wie das Racer runter, eben auch ein 1- bis 10 angekündigt. Und hier sind noch ein paar Besonderheiten hinzugekommen, die mir jetzt zumindest von den Werten noch mal besser gefallen als beim Racer. Wir haben zum Beispiel einmal dieses im einfachen Vergrößungsbereich ein A65 sich absehen, also wir haben eben diesen fetten EOTEC-typischen Ring mit außenrum, wir haben einen Center dort in der Mitte und können hier das Voodoo wirklich im Nahbereich nutzen wie ein EOTEC, also wir haben immer noch so eine eher Nahkampfoptik, könnte man sagen. Die zweite Geschichte ist, der Verstellhebel, also das Roll-Lever ist hier gleich mit ins Gehäuse reingeschraubt. Man kann ihn natürlich auch rausmachen, wenn man eben sagt, man braucht sowas nicht oder man möchte den anderen anbringen, aber man muss nicht hier ein Zubehör zusätzlich am Stellrad, also an dem Vergrößerungsrad eben anbringen, sondern das ist gleich mit in dem System integriert. Und wir haben noch eine weitere Besonderheit, das Racer ist ein 1-10x24 und das Voodoo ist ein 1-10x28. Beide haben einen 34mm Tube, wir haben beim EOTEC Voodoo vorne ein größeres Objektiv verbaut, das sorgt dafür, dass wir mehr Lichteinfall in das System reinkriegen und was natürlich auch noch ein sehr, sehr großer Vorteil ist, gerade im Bereich CQB oder generell auch im Sportschützen dynamischen Bereich, wenn man mal die Ziele näher dran hat, wir haben ein größeres Sichtfeld. Deswegen sind das eigentlich alles schon Punkte, die für mich sagen, das Racer könnte hier vom Trug gestoßen werden, vor allem, weil das Racer mit, ich sage mal in Deutschland, ungefähr 2.300 Euro in der USA mit ungefähr knapp unter 2.000 Dollar preislich weit unter der Konkurrenz war, wie zum Beispiel Nightforce oder Schmidt & Bender, die alle von ihrer Wertigkeit eh nicht gut sind, aber deutlich teurer, also bis zu einem Tausender teurer. Und es ist hier, wenn man sich die US-Preise anschaut vom EOTEC Voodoo, da ist der Listenpreis momentan 1.800 Dollar, also 200 Dollar unterm Racer. Da können wir fast davon ausgehen, dass das Ding hier in Deutschland wahrscheinlich 1.800, 1.900 Euro kosten wird, also nochmal Bereich 200 bis 400 Euro weniger, als das Racer momentan Marktpreis hatte. Deswegen, preisleistungsmäßig, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Voodoo der neue Platzhirsch wird. Zudem ist es schwarz, viele Leute haben sich an der Farbe vom Racer gestört und da muss man halt auch wirklich sagen, schwarz ist eigentlich das, was zu den meisten Waffen eben dazu passt und deswegen sehe ich hier eigentlich eine recht große Möglichkeit, einen recht hohen Marktanteil für EOTEC zu bekommen. Das waren jetzt meine Artikel, die ich mir rausgesucht habe, habt ihr selber irgendwas gefunden, wo ihr sagt, boah, da freue ich mich 2022 drauf, was erwartet ihr generell von einem Jahr, ja klar, das große Thema wird sein, da geht endlich mal die ganze Corona-Problematik weg, ich habe jetzt bewusst das Video nicht komplett unter diesen Namen wieder runtergezogen, weil wir wissen alle, wie die Situation gerade ist, aber wenn ihr sagt, boah, das wäre 2020 noch toll, also das wäre toll, wenn der Hersteller das noch rausbringen würde oder ich habe gesehen, der Hersteller hat das und das noch in der Pipeline, schreibt es uns unten in die Kommentare. Wenn ihr solche Neuigkeiten nicht verpassen wollt, dann abonniert uns auch auf Instagram und Facebook und wir sehen uns hier das nächste Mal bei Kuma-Tag-Titel. Bis dann. Habakkuk-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag Vielen Dank.